Hallo meine Freunde der Musikarischen Unterhaltung! Was geht ab mit euren DJ 7 und Hatchy kommen zu Vlog Nummer 18! Heute ist Samstag und heute bin ich ganz im Auftrag von Eldoradio unterwegs. Und zwar geht es heute nach Luxemburg City zum Duckways. Kleine Erklärung, das Duckways ist schon fast eine Tradition in Luxemburg, wo im Petrustal in einem kleinen Fluss so Badehändchen so ein kleines Rennen machen. Und das zählt jedes Jahr so viel Leute an. Und dahin fahren wir heute. Und warum? Weil ich heute das Maskottchen Chico von Eldoradio spiele ich heute. Und das hat den Grund, weil ich schon als kleines Kind in den Freizeitparks die Maskottchen immer sehr cool gefunden habe. Und schon immer sowas machen wollte. Da habe ich mal die Chance ergriffen um das hier zu machen. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange. Wir wechseln jetzt einfach. Also wir sehen uns gleich in Luxemburg Stadt. So. Und gerade hier im Petrustal hier in Luxemburg Stadt ankommen. Hier wird jetzt hinter mir alles aufgebaut. Hallo ist wieder euer DJ Seven. Nicht da, da. Da ist der Junge. Wir drehen jetzt an den Vlog. Hallo ist dein nh ? Hilfe! Na gut, komm! Na gut, komm! Und hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und fertig meine Freunde, morgen sehen wir uns wieder, da geht es ab, ins Café des Gymnasens mit Sandro Silva. Darauf freue ich mich sehr, aber jetzt wird erstmal geschlafen und bis morgen. So, da sind wir auch schon Sonntag, wir haben den großen Tag, wo Sandro Silva, Mr. Epic, uns im Café des Gymnasens besuchen kommt. Und ich bereite hier schon mein Set for 100% House Music und wir sind gerade unterwegs ins Gymnasen und da sehen wir uns auch gleich wieder. So, und hier im Gymnasen angekommen und jetzt stehe ich hier noch vorm Gymnasen und wir machen einen kleinen Einblick, wie es drin aussieht. Sieht schon heftig aus, aber jetzt gehen wir rein. So, und alles ist fertig, hier die gute Idee, wo auch später Sandro Silva auflegen wird. Ich bin bereit, wir alle Breitern, Ultraworm und ich würde mal sagen, wir starten diesen Abend im Gymnasen. So, und hier, damit wir... Das war's für heute. Yo, guys, my name is Sandro Silva. I'm here at Gymnast. I can't wait to play. I'm really looking forward because it's my first time here in Luxembourg. And shoutout to DJ7. Sandro Silva! 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 ja das video ist ja schon wieder vorbei wie ich sehe ich hoffe euch hat der vlog gefallen falls euch der vlog gefallen hat zeigt mir das mit einem daumen nach oben falls ihr mich schon nicht abonniert habt könnt ihr das sehr gerne tun auf den seiten im absparen und unter dem video noch schneller wo ihr mich diese woche findet diese woche findet ihr mich freitag im teelclub in luxmox city ich hoffe euch alle da zu sehen und bis nächste woche let's walk this shit ja 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 ja